Hallo liebe Jugendlichen, ich bin Gabriela Leskowitsch, die meisten kennen mich unter dem Namen Gabi. Ich bin 17 Jahre alt und bin jetzt auf dem Wirtschaftsgymnasium in Villingen, war aber davor hier auf der Realschule in St. Georgen. Und ich möchte gerne kandidieren für den Jugendgemeinderat, weil Politik hat mich schon immer beschäftigt. Und es ist einfach eine Chance für die Jugendlichen zu reden, für die da zu sein sozusagen. Und ich würde mich einfach gerne engagieren und etwas Neues für die Jugendlichen in St. Georgen schaffen. Einsetzen, ich würde mich gerne für schönere Plätze für die Jugendlichen einsetzen, weil es ist einfach schwer hier irgendwie etwas zu finden. Ich möchte gerne das Jugendhaus aufbessern, das heißt einfach attraktiver zu machen und schöner. Und dann möchte ich noch eine Jugendbar eröffnen zwischen 16 und Mitte 20, weil die meisten 16-Jährigen, die können hier in keine Kneipe mehr gehen, weil die jetzt alle ab 18 sind. Und im Winter will man halt nicht gerne vor der Kneipe stehen und da trinken, sozusagen. Sonst, ich will einfach für die Jugendlichen da sein. Und ich hoffe, ihr wählt mich auch alle, weil ich würde mich sehr gerne engagieren. Danke euch noch wieder gegenses. Danke.